Der Wixxer! Mein Kollege, der Wixxer! Was haben wir denn hier, meine Damen und Herren? Willkommen zum neuen Kott. The Rick hat mir einen Beta-Schlüssel gegeben, um heute an dieser Beta teilnehmen zu können. Guckt mal, dass die Shows immer an, ne? Also steigen Sie im Rang auf, schalten Sie neue Waffenextras, Punkteserien und mehr online frei, sehr schön. Ihr wisst, dass Sperling und ich uns da schon seit langem wie Schneekönige drauf freuen. Jetzt ist es ja fast schon da und wir fühlen uns mal rein, ne? Vielen Dank, Rick, gell? Das ist also mein Soldat, sehr schön. Was haben wir denn hier überhaupt voreingestellt? Hoch, 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 hoch aktiviert. Ein Schusslöcher, sehr gut. Tessalation, ganz klar. Also ohne Tessalation kann ich eigentlich nicht spielen, ne? Ich lasse es mal genau so, wie es ist. Cyberangriff, Feuergefecht, schnelles Spiel. Ja klar, schnelles Spiel, hallo? Ach, halt, Waffen! Ach, so zu überarbeiten, Abschuss! Geil, Mann. Richtig, richtig schick. Oh! Guck mal, die Idris! Also das wird, glaube ich, eine ziemlich schluckelige Geschichte. Was habe ich jetzt eingeschaltet? Das, das und das? Erstes Spiel mache ich euch den Beta-Heli. Alter, ist das, ist das Sigarini-Bam! Wisst ihr, was geil ist? Man kann nicht fliegen. Boah! Oh! Also es ist minimal verwaschen, oder? Es wirkt irgendwie, was ist, die Waffe sieht viel geil aus als meine. Entschuldigung! Oben links ist eine Map. Mir kamen Infos zu Ohren, dass es eigentlich keine Map geben sollte. Easy, Mann, Alter. Königstöter, klar, natürlich. Also wenn ich was kann, dann Könige töten. Das ist, äh, Faschissierung selbst. Was ist das X? Was habe ich, was kann... Alter, Fortnite. Warte mal, warte mal. Granate ist aus! Granate, boah, ich tue... Ah! AK-47, vollautomatisch. Jetzt passt mal auf. Ich hab dich gesehen, du Sack. Ich hab dich gesehen. Komm her. Oh! Alter, voll hin! Aha, Sir! So! Aus die Maus jetzt! Da ist noch einer, ne? Ah, easy! Der Feuerschuss ballert schon echt rein, ne? Oh! Oh! Nein! Oh, was ist das? Jetzt ist aus die Maus. Was ist dieses Eins? Ich will die... Ich drück auf die Eins, aber ich hab die Pille da in der Hand. Find him. Down. So was von der Risches. Alter, da ist einer! Der Percy! Hey, Pensy! Die Gabelschlappe, dann kann ich mich aus. Wir sind doch bei CSGO. Darum weiß ich genau, wo ich hinzuschießen hab. Wie ich hier absoluter Kill-Spitzen-Reiter bin. Nicht. Stehen geblieben, du Focke. Na, also! Drohne! Wo? Wie? Drei! Hab ich's schon. Jungs! Oh, da ist einer. Die sind hier im Haus neben mir. Aha. Oh, ich hab keine Muni mehr. Shit! Ich brauch Scavenger. Leute, das wird so geil, ne? Das wird so absolut edel, wenn das Spiel komplett da ist. Oh! Oh, shit! Oh, shit! Oh! Kann ich vielleicht deine Waffe ab? Oh! Scheinbar nicht! Man kann hier wirklich gut auf Gehör spielen. Man hört gut und weit. Hallo! Wie, der schießt noch. Hallo? Nicht letzter. Immerhin nicht letzter, ne? Öh. Hackenny Yard. Meine zweitliebste Map. Ich glaub, ich nehme diesmal den Geist. Mit der Aug. Vollautomatisch. Genauso wünsche ich mir das. Genauso! Oh Gott, hast du gesehen, wohin der schießt? Schießt der fast nach hinten? Waaah! Du Scha... Ey, ich bin... Ich bin first... Schade. Ich hab keine Ahnung, was hier... Alter, hab ich Flammgranaten? Was ist das denn? Thermalgranate oder was? Wow! Jungs! Vorsicht, meine Granaten! Oh, das wird so edel, Alter. Ich freu mich schon so brutal auf das Spiel. Wow! Mate, ist er grad gegen die Tür gerannt? Hat er sich verletzt? Er rennt einfach mit der Schnitz in die Tür, der Dödel. Tja! Oh, da war noch einer. Da war noch einer. Ah, okay, der ist afghan. Das zählt natürlich nicht. Da vorne sind Feinde, da rennt einer. Nicht weglaufen. Alter, man hört hier. So krass! Okay, okay. Jungs, nicht alle meine Kills snacken, bitte. Hallo? Big Oof. Könnte ich vielleicht auch nochmal jemanden an? Hättet ihr mich! Wow! Ehrlich, ich hatte den Marschflugkörper, ne? Rang zwei. Easy. Easy. Okay, Kollegas, here we go. Mal gucken, wie das Ding jetzt fliegt. Ähm, 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 äh, Ah ja. Äh! Direkter Treffer. Direkter Treffer, tja, ins Auge, ne? Nee, 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 nee. Hat der gerade Hundesum zu mir ge... Ah! Ey, die vercampen sich da, ne? Klar, ich weiß, wenn man mal jemanden hat, der im Gegner-Team so abeskaliert wie ich. Okay, aber hey. Vercampen, ja? Das ist ein ganz dreckiges Spiel. Jetzt roll ich euch in der Autos, jetzt ist er dran. Was ist los, hä? Oh Gott, ich muss direkt nachladen. Ah, nee, ich bin nur gerannt. Easy. Mate, das bin ich. Mate, mate. Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Ist das der Weg jetzt? Nuss mal Häuschen. Ey, was war eben bei. Ich hab mal in die Haus... Oh mein Gott, danke, Kollege. Ähm. So, nix da rum. Snipen, hör auf. Da krieg ich echt, äh, AIDS-Pickle, wenn sie sich irgendwo verstecken und rumpimmeln. Komm schon. Da, der Bubbler. Was macht da? Guck mal. Was ein ehrenvoller Kill. Guck mal. Dieser Kampf auch. Habt ihr es gesehen? Ich bin nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Trotzdem vorletzter Scheiße. Spiel 3 kann nur optimal werden. Naja, ich weiß, Level 2 hab ich mitbekommen. Übrigens, so für alle ganz Neuen, die hier reinschauen. Ich bin nicht sonderlich gut. Ne, es wirkt vielleicht so, als wenn ich so voll überzeugt wär von mir selbst. Aber nein. Ähm. Vorabkauf. Na klar. Na klar kaufe ich dem vorab die Waffe ab, ne? Alter, 100 Euro! Wenn ihr es euch holt, Leute, welche Version holt ihr euch? Die günstigste? Mit, mit, was weiß ich, 60 Euro immer noch. Die in der Mitte? Für 80 oder was es ist? Oder 70? Oder die für 100? Also ich hol mir auf jeden Fall die günstigste. Als hätte ich jetzt Geld rumfliegen, Alter. Ich hab, ich hab Sprengkommando! Aha. Ohohoho, Königstöter, direkt, alleine, der letzte, der wurde vorgehebt. Ist das ne Stinkgasgranate? Ohohoho, ich red auch noch selbst rein. Wow. Direkt ne Treffer, Alter, wie Raketenwerfer ins Face. Wollt ihr, wie es ist, ich war dabei, ne? Pass auf, da kommt gleich eine raus. Wow. Ey, ich bin der Raketenwerfer-Profi, warum spiel ich noch ne andere Waffe? Mein Kollege, der Wichser! Sehr geil, wirklich sehr, sehr geil, der Wichser! Gönnt euch, hier ist Munition. Team, ich hol die Drohne. Alter, die kommen gleich hinter uns, ne? Hinter uns ist schon einer, hinter uns ist schon einer. Aha. Wow, mein C4? Gebt mein C4 automatisch hoch? Nee, oder? Das war doch jetzt Zufall. Irgendwie, irgendwie ist der geplatzt, einfach so. Wahrscheinlich vor Freude. Wollen wir mal, die nehmen B ein. Ey. Wow, mate, hallo. Ich bin aber auch ein Tier, ne? Wie komme ich denn jetzt zur A? Auf der einen Seite bin ich ein Tier, auf der anderen Seite bin ich ein verwirrtes Tier. So, B gehört auch mir. Fluff. Nee. Oh, oh, Kollege. Habe ich im Griff. Soll ich jetzt verteidigen, oder soll ich jetzt, äh, was soll ich jetzt warten? Da kommt ein Feind. Irgendwo war ein Feind. Wow. War das jetzt homemade all die Jahre? Nee, da ist ja ein Feind, oder? Ajo! Sag mal, kann man da oben jetzt lang? Ajo, der ist einfach über uns rein. Komm, mach mal die Tür zu hier. Reicht mir irgendwann. Ich nehme es einfach wieder zurück ein. So. Oder war ein Feind. Da unten war ein Feind. Zwei Feinde. Oh, drei. Klingelgranate. Wenn ich rausgehe, wenn ich du wär. Jawohl, Alpha Bravo gehört uns nur noch. Oh, nee. Nee, jetzt, oder? Wer von euch Lappen hatte die letzten gefistet? Oh, in Afghana, komm schon. Es wird besser. Es wird besser. Aber dabei werde ich es jetzt auch erst mal belassen. Das war wirklich eine geile Anspielung. Nur ist jetzt gleich Livestream um 22 Uhr. Und ich will das vor dem Livestream noch da haben, also das Video. Ich muss es noch schneiden, inkludiert und hochladen. Das wird alles ein bisschen eng. Darum, ja. Mach ich jetzt einen Deckel drauf. Hoppala. Rick, nochmal viel, vielen Dank an dich. Richtig geil. Das dauert mir jetzt so lang. Quartiere. Identität. Man kann einen Clan-Tag machen. Ah ja. DDB. Die Dummbabler. Visitenkarte. Geil. So. M-Enblanc. Die kann man sich bestimmt später auch selber machen. Also, nehme ich an. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man das sicherlich machen kann. Aber früher konnte man das ja auch. Der Operator, da habe ich jetzt ihmchen. Ich könnte aber auch ihn nehmen. Aber ich will so ein bisschen mehr Gesicht haben, ja. Die Feinde sollen mich erkennen. Waffen. Haben wir ja schon. Um, was du machen kannst. Du kannst da vier, fünf. Hier oben sind fünf. Ich sehe jetzt aber hier nur vier Auswahlmöglichkeiten. Dran rumwurschteln. Ja, edel. Guckt euch das mal an. Die schaltet man dann Stück für Stück frei. Werfer gibt es auch. Ah, da sind die Extras. Man kennt ja, also Scavenger und Co. Sowas kennt man ja, ne. Also, die meisten wird man eh kennen. Ich gehe da jetzt nicht alle durch, ne. Ich wollte jetzt nochmal hier einen ganz kurzen Überblick geben. Da gibt es natürlich noch die Granaten, klar. Und die Taktikgeschichten. Schön. Das wird absolut edel. Das wird richtig nice. Man kann hier auch Filter für die Suche einstellen. Ich habe einfach alles auch gehabt. Ich freue mich schon drauf, wenn es am Start ist. Bis dahin, haut rein. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream. 22 Uhr geht's los. Link steht in der Beschreibung. Bam.